. 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 Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zum Audi Generation Award 2019. Du bringst so viel Freude ins Publikum, in deine Fans und machst einfach wunderschöne Musik und dafür kriegst du heute zu 100% verdient den Generation Award. Herzlichen Glückwunsch. Komm mal auf die Bühne. Also wirklich, dass ich heute mit Caro und Daniel hier stehen darf. Ich habe das erst ganz kurz vorher erfahren. Es hat mich unheimlich gefreut, weil wir wirklich den ganzen Sommer ganz, ganz viel zusammen getourt sind und es einfach schön ist, mit Freunden die Bühne zu teilen. Und natürlich bin ich der Jury unfassbar dankbar dafür, dass ihr auch Frauen die Tür öffnet. Das ist nämlich gar nicht so einfach als Frau im Musikbusiness. Ich könnte euch 20 erfolgreiche Männer gerade an einer Hand abzählen, die alle irgendwie krass erfolgreich im Radio sind, im Fernsehen und vielleicht ein paar Frauen. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass da unfassbar viele Frauen in den Startlöchern stehen und dass es gar nicht mehr verhindert werden kann, dass die Frauen erfolgreich werden, weil die einfach super klasse sind. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass die Frauen in den Startlöchern stehen. Über alles Mögliche, was du schon gemacht hast. Und ich habe zu einer Desherschnitt gesagt, unglaublich, wie viele unterschiedliche Rollen und Charaktere du schon gespielt und verkörpert hast. Ja, ja. Ich habe das auch gerade gesehen. Auf Deutsch? Ruby, Moonstone, Camilla, Willow, Fee. Okay, und auf Englisch? Ruby, Moonstone, Camilla, Willow, Fee. Wir freuen uns. Ich bedanke mich für diesen tollen Preis. Vielen Dank. Vielen Dank an die Jury. Vielen Dank für die tolle Rede. Vielen Dank an dich. Vielen Dank fürs leckere Essen und für den schönen Abend. Dankeschön. I used to come here to write songs, and I would drive past this hotel every day, and I was broke. I had about 25 pounds in my bank account, and I always said it would be great to stay here, and tonight's the night. So thank you very much. But to be honest, I must say, Germany is very much my second home. It's the place where my career is at its biggest. So, yeah, vielen Dank. Thank you to Audi. Thank you to my team who are sat over there, my radio promoter, Heili Schwartz, who made a big statement in Germany this year. Thank you so much. Thank you to you. Oh, my pleasure. I hope that I look like you when I'm your age. Really. It's amazing. Welcome. It's amazing. You look amazing. Thank you so much, Munich. You've been amazing. Thank you to Audi. Thank you to all these successful, beautiful people here. I hope you have a great night. I hope you get very drunk in the back over there. My name is Tom Gregory. Vielen Dank. Lea, Ruby, Niklas, natürlich. So, come in hoch. Es schneit, es schneit. So, ganz kleinen Moment. Wir müssen hier ganz kurz noch ein bisschen Platz fürs Foto schaffen. So, meine Damen und Herren, ich darf an dieser Stelle erstmal ganz herzlich Danke sagen. Ich darf Danke sagen, dass Sie heute wieder unsere Gäste waren beim Audi Generation Award. Und ich wünsche Ihnen allen schöne Weihnachten. So, das ist immer das erste Learning auf Preisverleihung, dass man den Preis richtig rumhält. Das ist ganz wichtig, weil da werden ja jetzt ganz viele Bilder und Fotos gemacht und so. Und Preise sehen meist immer nur von einer Seite schön aus. So, und jetzt kommt natürlich der wichtige Punkt, wenn man einem Preis entgegennimmt. Man darf, man darf sich auch noch bedanken. Man muss sich nicht bedanken, man darf sich bedanken. Ja gut, also dann mache ich das natürlich auch, wenn mir die Chance schon gegeben wird. Natürlich großes Dankeschön an die Jury, weil sonst würde ich nicht hier stehen und hätte den Preis nicht in der Hand. Und auf der anderen Seite natürlich auch ein großer Dank an die Trainingsgruppe und an die Leute drumherum, die mich jeden Tag aushalten müssen im Training und auch mal, wenn ich schlechte Laune habe und mich dann auch wieder aufbauen. Und ich glaube, dafür muss ich ganz, ganz dankbar sein.